Hallo zusammen. Ja, heutige Thema aus den Extremen in die Mitte. Ich denke, das ist etwas, was gerade bei den aktuellen gesellschaftlichen und globalpolitischen Entwicklungen, wo alles immer mehr in die Spaltung und die Trennung geht, doch einfach mal wichtig, uns mal eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie wir aus diesem ganzen Irrsinn, aus dieser ganzen Spaltungsdynamik, aus diesem Teufelskreis, der von den Medien und der Politik und von den großen Wirtschaftsverbänden geschaffen wird, wie man daraus aussteigt. Denn diese ganze Debatte, egal ob sie jetzt Corona-bezogen ist oder vielleicht auch über den Klimawandel oder über die Migration oder über andere Themen, alles ist so emotional aufgeheizt. Und das ist ja auch, sag ich mal, von oben so gewollt, dass wir emotional aufgeheizt über Themen sprechen. Das führt ja dazu, dass wir dann gar nicht mehr über die Themen sprechen, sondern uns streiten. Wenn wir emotional sind, dann streiten wir uns. Und wenn wir uns in Extremen bewegen oder in extremen Ansichten befinden, dann kollidieren diese Ansichten natürlich auch immer mit allen anderen Extremen. Und das führt zu diesem Teufelskreis, in dem wir uns gerade befinden. Das Witzige ist nur, dass dieser Teufelskreis nur dadurch funktioniert, dass wir alle damit agieren und den immer wieder bestärken und immer wieder uns dementsprechend verhalten und genauso verhalten, wie man das von uns möchte, damit wir weiter in der Spaltung oder in der Trennung bleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man denn da rauskommen und trotzdem seinen Standpunkt behalten? Das ist ja auch für jeden wichtig, dass er seinen Standpunkt, den er für richtig hält, nicht aufgeben muss. Und da muss man sich natürlich auch den eigenen Standpunkt prüfen. Inwiefern ist dieser Standpunkt denn dein eigener? Oder ist der vielleicht ein Standpunkt, der dir eingegeben wurde? Und das können wir an ganz vielen Debatten gerade sehen, die momentan stattfinden. Wie wichtig es doch mal wäre, in die Mitte zu kommen. Also aus diesen extremen polaren Gegensätzen, die wir haben, einfach mal in die Mitte zu kommen. Denn in der Mitte können wir ruhig und sachlich und vor allem intelligent agieren und sind nicht emotional getriggert. Und wir merken ja an den ganzen Sachen in den Medien oder auch an den ganzen, sag ich mal, nicht Mainstream-Medien, sondern den alternativen Medien, dass alles momentan darauf hinausläuft, dass wir emotional getriggert werden, dass wir immer wütender werden, dass die Diskrepanz zwischen dem, was wir meinen, was die Wahrheit ist und dem, was uns die Medien erzählen, immer größer wird und man dann immer wütender oder frustrierter wird. Und es ist ein Teufelskreis, der natürlich so gewollt ist. Das hat auch was mit dem Great Reset zu tun. Der Great Reset ist ja letzten Endes genau dasselbe, was zum Beispiel wir von der amerikanischen Regierung oder den amerikanischen außenpolitischen Tätigkeiten der letzten Jahre durchaus kennen. Man destabilisiert ein Land, man führt in diesem Land ganz gezielt Unruhe und destabilisiert das so und dann kommt dann irgendwann jemand als Heilsbringer, der mit Gewalt dafür sorgt, dass diese Destabilisierung endet und dann ein System da installiert, in dem er das Gewaltmonopol hat. Und genau das will der Great Reset mit der ganzen Welt machen. Das hat ja einmal angefangen mit dieser Klimawandelagenda, die dazu geführt hat, dass ein Großteil der Jugend total emotional getriggert wurde und in ein Vernichtungsgefühl gebracht wurde. Wir müssen jetzt sofort was tun, sonst geht die Welt unter wegen dem rasanten Klimawandel. Und das haben wir dann gesehen, was dann bei Friday for Future rauskam, nämlich gar nichts, bis auf, dass Greta Thunberg mittlerweile einer der reichsten, bestbezahlten Aktivistinnen der Welt ist. Deren Privatvermögen ist ziemlich krass angewachsen mittlerweile. Und sorry, niemand, der sich Aktivist nennt und danach richtig viel Geld scheffelt, der hat es wirklich ehrlich gemeint. Der ist dann letzten Endes auch vom Aktivist zum Kapitalist geworden, mal über Nacht, wenn man es nicht die ganze Zeit schon war. Und dieser Great Reset, der macht ja das mit der ganzen Welt, was sonst immer nur mit einzelnen Ländern gemacht wurde. Es werden verschiedene Lager gebildet, die hoch emotional getriggert sind. Und das erzeugt Unruhe, am besten Fall Bürgerkriege, Revolten auf den Straßen, einzelne Parteien, die nicht mehr miteinander sprechen, Menschen, die auf der Straße sich gegenseitig den Schädel einschlagen wegen ihren unterschiedlichen Standpunkten. Und dann wird natürlich gesagt, ah, so kann es nicht weitergehen, jetzt muss die Wirtschaft kommen und es richten. Was man bei der ganzen Sache vergisst, ist, dass die Wirtschaft ja das, die treibende Kraft in dem Ganzen ist, die die Probleme erst erzeugt hat. Und man muss schon sehr naiv und leichtläubig sein, wenn man den Menschen, die das Ganze angerichtet hat, haben, dann glaubt, dass sie das jetzt wieder wegmachen wollen. Warum sollten sie? Sie haben ja vorher nur auch ihre eigenen Interessen vertreten, also wird jedes Lösungskonzept, das sie uns anbieten, auch nur deren Interessen vertreten. Natürlich. Und wenn jetzt innerhalb eines Great Reset auf einmal für mehr Nachhaltigkeit und mehr Teilen und eine neue Form des Sozialismus geworben wird, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das nichts damit zu tun hat, um die Welt zu einem schöneren und gerechteren Ort zu machen, sondern es geht da einfach wirklich nur um Kontrolle und darum, dass diejenigen, die eh schon die Fäden ziehen, ihre Position noch weiter zementieren. Aber wie können wir aus diesen Teufelskreisen aussteigen? Das ist doch mal interessant und das kann ein jeder von uns jeden Tag tun. Er braucht dafür irgendwie auch keine große Hilfe von außen, sondern er muss einfach nur im Inneren ein paar Schalter umlegen und vielleicht mal ein paar Sachen verstehen. Und einfach aus dem Extrem, in dem er sich gerade befindet, wieder zurück in die Mitte, in seinen natürlichen Urzustand kommen. Und dieser natürliche Urzustand eines Menschen, der ist die heitere Gelassenheit. Und wenn du dich nicht in einer heiteren Gelassenheit befindest, dann bist du gerade irgendwie getriggert. Das ist einfach so. Der natürliche Zustand des Menschen ist heitere Gelassenheit, wenn man gesund ist. Wenn man nicht gesund ist, dann kann man diesen Zustand offensichtlich wahrscheinlich gar nicht einnehmen. Aber wenn man geistig und psychisch halbwegs gesund ist, dann ist das dein natürlicher Zustand. Und jeder, der dich aus diesem Zustand herausbringen möchte, ist nicht an deinem Wohl interessiert, sondern ist nur daran interessiert, seine eigene Agenda auf Kosten deines Seelenheils in dich reinzubringen. Und wenn du dann emotional getriggert wirst durch die Sachen, die dir gesagt werden, dann nützt dir das nichts und ist auch nicht zu deinem Wohl. Sondern es geht dann wirklich nur darum, fremde Agendan dir zu manifestieren, sodass du dann wieder aus deinem natürlichen Zustand herauskommst. Und wenn du in dem natürlichen Zustand der heiteren Gelassenheit bist, dann bist du so gut wie nicht manipulierbar, dann bist du so gut wie nicht steuerbar, dann entscheidest du immer selber, was du jetzt gerade machen willst. Aber wenn du emotional getriggert bist, dann wirst du gesteuert. Weil diese emotionale Triggerung kommt ja eigentlich immer von außen. Wenn du geistig gesund bist und psychisch gesund, dann kommt die immer von außen, dann kommt die nicht von innen. Man muss deinen natürlichen Zustand, in dem du dich eigentlich immer, wenn du in Ruhe bist, hinein begibst, von außen immer wieder, man muss dich da immer wieder rausbringen, damit du schön funktionierst in dem großen Spiel, in dem großen Plan. Nehmen wir noch mal ein paar beliebte Zankäpfel und Beispiele, in denen wir wunderbar sehen können, wie leicht du aus deinem natürlichen Zustand der heiteren Gelassenheit und des inneren Friedens in der Mitte herauszubringen bist. Nehmen wir das zum Beispiel mal mit dem Klimawandel. Da haben wir jetzt die Menschen, gerade die Jugend, die davon überzeugt ist, dass die Welt in den nächsten Jahren untergeht und es grausame Naturkatastrophen geben wird und alles Mögliche. Und die anderen, die einfach nicht davon überzeugt sind, beide Parteien sind hochemotional getriggert. Das heißt, wir haben das eine Extrem, die Welt wird untergehen, das andere Extrem, ihr seid doch alle Spinner. Und da gibt es ja natürlich auch noch die Mitte. Und die Mitte sagten, ja, natürlich hat der Mensch einen Einfluss auf die Umwelt, wie kann es anders sein? Aber man muss sich das Ganze mal rückblickend auch angucken, inwiefern gab es bereits schon vorher, bevor der Mensch so einen krassen Einfluss auf die Umwelt hatte, klimatische Veränderung. Ist das überhaupt etwas Neues, dieses Phänomen? Dann wird man erkennen, dass dieses Phänomen nicht neu ist, sondern dass es klimatische Schwankungen immer gegeben hat, Eiszeiten zum Beispiel und Wärmeperioden. Und dass man das Ganze ruhig etwas entspannter betrachten kann. Und dass allein die Tatsache, dass Menschen jetzt aus ihren Lebensräumen vertrieben werden, weil Meeresspiegel steigen, auch nichts Neues ist, das war in der Geschichte der Menschheit schon immer so, weil die Menschen nun mal auch dazu neigen, sich an Orten anzusiedeln, an denen sie sich vielleicht nicht ansiedeln sollten und meinen, sich die Welt untertan machen zu können. Aber das funktioniert nicht, weil die Welt ein großes Konstrukt ist, mit dem man höchstens in Symbiose leben kann. Aber wenn man die Welt unterdrückt und sich untertan machen will und sich unbedingt Lebensbereiche erschließen muss, die eigentlich dafür ungeeignet sind, dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Und da hilft einem auch keine CO2-Steuer. Das wäre eine, wie soll ich sagen, eine Ansicht, die man aus der Mitte heraus entwickeln kann. Und dann ist man dann auch nicht emotional getriggert, sondern guckt sich das rational an und denkt, naja, wir werden sehen. Wir können doch eh jetzt wenig an den Prozessen machen, die bereits angestoßen sind. Und wenn wir etwas machen können, dann sollten wir das ruhig und unemotional machen. Ansonsten machen wir nur Quatsch. Das nächste Beispiel ist zum Beispiel die Migration. Da haben wir ja ganz viele, die den Standpunkt vertreten. Jetzt gerade linksgrün hört man das immer so gerne. Ah, Migration ist total das Gute. Refugees, willkommen. Kommt alle her. Alle Menschen sind gleich. Und alle Kulturen können sich ohne weiteres vermischen. Gar kein Problem. Und Islam und Christentum, beziehungsweise das, was vom Christentum noch übrig ist, das kann wunderbar harmonieren. Wir müssen da nur genug Integrationskonzepte anbieten. Und da haben wir die anderen, die sagen, das kann nicht funktionieren. Die Wertesysteme sind viel zu unterschiedlich. Wir wollen keine Fremden. Überhaupt nicht. Lasst sie alle da, wo sie sind. Das kann nur zur Islamisierung führen. Und wenn man aus diesen beiden Extremen in die Mitte geht, dann kann man sehen, ja natürlich gibt es kulturelle Unterschiede. Und man sollte zum Beispiel gewisse Kriterien an Migrationswillige stellen, an die Menschen, die hier wirklich bleiben wollen. Ein wichtiges Kriterium wäre zum Beispiel, können die überhaupt die Sprache dieses Landes sprechen? Und wer nach einer gewissen Zeit, die man ihm geben kann und gewissen Kursangeboten, Sprachkursangeboten, die es ja durchaus gibt, immer noch nicht in der Lage ist, sich hier normal zu verständigen, hat offensichtlich kein Interesse daran. Und was soll der dann noch hier? Und genauso gut darf man nicht einfach nur, weil irgendjemand ein Migrant ist, dann dem alles durchgehen lassen. Und sagen, ey, der kann doch nichts dafür. Und wenn die Menschen straffällig werden, dann können die bei sich zu Hause straffällig werden, aber nicht hier. Und das wäre ein Zustand aus der Mitte heraus, der aber auch genauso gut zulässt, sagt, wenn die Leute sich vernünftig integrieren und ein Interesse daran haben, hier wirklich heimisch zu werden, ja, warum nicht? Dann sind sie doch herzlich willkommen. Das wäre ein Standpunkt aus der Mitte heraus. Man kann sich beide, aus der Mitte heraus kann man sich immer beide Seiten der Medaille angucken. Ansonsten sieht man ja immer nur eine und kann folglich keine logischen Schlüsse führen. Anderer Standpunkt zum Beispiel ist das mit der Gesundheit, mit dieser ganzen Corona-Sache. Die einen sagen, das ist alles nur eine Grippe, das ist ungefährlich, das ist nicht weiter dramatisch. Und die anderen sagen, oh mein Gott, das ist ein Killer-Virus, wir werden alle sterben, wenn wir uns jetzt nicht brav an alles halten und jeder, der sich nicht daran hält, gefährdet die anderen. Und wenn man aus diesen Extremen in die Mitte kommt, dann kann man auch durchaus sehen, dass es offensichtlich eine Veränderung in der Welt gibt. Egal von wo die jetzt kommt, ob die jetzt durch ein Virus kommt oder ob die jetzt durch die Maßnahmen kommt, diese Veränderung ist offensichtlich da. Mit dieser Veränderung müssen wir jetzt umgehen. Aber es bringt nichts, sich in eines von diesen beiden Lagern einzusortieren. Sagen wir mal, man muss einfach mal ruhig und sachlich bleiben und gucken, was passiert denn überhaupt? Was sehe ich denn überhaupt jenseits von den Medien, von dieser ganzen Sache? Und wenn man nicht den ganzen Tag sich in den Nachrichten mit irgendwelchen angstmachenden Zahlen ohne Verhältnis, ohne Relationsvergleichsgrößen, wenn man sich das nicht den ganzen Tag anguckt, dann bekommt man von dieser Pandemie bis auf, dass die Leute draußen mit Masken rumrennen, da eigentlich gar nichts mit. Und dann kann man auch noch relativ entspannt bleiben und sagen, na gut, okay, schauen wir uns das einfach mal an, inwiefern das jetzt mein Leben wirklich einschränkt. Und dann gucken wir einfach mal. Aber diese Lagerbildung, die wir gerade haben, sie ist ja auch von oben gewollt, dass alle so emotional werden und dem anderen nicht mehr zuhören. Genau das ist doch gewollt. Ein Volk, das nicht miteinander redet, das kann man wunderbar, wunderbar beherrschen. Und jeder, der jetzt in eines dieser Lager geht, der bedient das Ganze mit. Und da kann ich mich auch nicht ausschließen, weil ich ja auch mich eher zu dem Lager der Kritiker zähle. Aber trotzdem versuche ich doch, in der Mitte zu bleiben und unemotional damit umzugehen und trotzdem meinen Zustand heiterer Gelassenheit zu behalten. Und dann kann man über viele Sachen, die passieren, momentan auch einfach nur schmunzeln, weil es so albern ist. Und das tut dann auch wieder gut, diesen Zustand einzunehmen. Ja, das heißt, kommt doch mal aus den Extremen in die Mitte. Schaut doch mal, wann seid ihr emotional getriggert. Und ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn ihr emotional getriggert seid, dann seid ihr nicht ihr selbst. Wenn du emotional getriggert bist, dann bist du nicht ihr selbst, dann bist du von außen gesteuert. Womit ich nicht sagen will, dass du keine Emotionen haben darfst. Das ist ja Quatsch. Aber wenn dich das, was du draußen, was du an Informationen bekommst, wütend macht oder dir Angst macht, dann frag dich doch mal, was bringt dir diese Information denn gerade? Oder soll mich diese Information, ist das überhaupt eine Information oder ist das vielleicht einfach nur da, um dich in einen emotionalen Zustand zu bringen, aus dem heraus du gut zu steuern bist und gut zu lenken bist? Das ist eine Frage, die es sich lohnt, sich wirklich immer wieder zu stellen, das immer wieder zu überprüfen. Und da ertappe ich mich auch selber oft genug, dass ich selber bei diesem Spiel mitmache. Weil das so leicht ist, darauf einzusteigen. Aber wenn wir uns mal zurücklehnen und gucken, was ist mein natürlicher Zustand? Bin ich gerade in meinem natürlichen Zustand der heiteren Gelassenheit oder nicht? Wenn ich dann nicht bin, was hat mich rausgebracht? Möchte ich da überhaupt rausgebracht werden? Aber es geht ja auch um deine Gesundheit. Es geht um deine geistige und seelische und demzufolge auch körperliche Gesundheit. Und die kannst du dir am besten erhalten, wenn du in deinem natürlichen Zustand bist. Deswegen seid wachsam, lasst euch nicht steuern. Werdet nicht so emotional, sondern versucht ruhig zu bleiben. Versucht sachlich zu bleiben. Versucht in der Mitte zu bleiben. Die Extreme haben niemals recht, weil die Extreme immer nur eine Seite der Medaille beleuchten. Aber die sehen nie beide Seiten. Und wenn du über irgendwas ein Urteil fällen möchtest, kannst du das doch nur, wenn du dir beide Aspekte angeguckt hast. Aber was wir die ganze Zeit machen, ist immer nur eine Seite der Medaille zu sehen und dann ein Urteil zu füllen und uns über dieses Urteil mit anderen zu streiten, die genauso nur ein Urteil über eine Halbwahrheit fällen. Und das ist dumm. Das ist einfach nur ein dummes, dämliches Verhalten, was wir größtenteils an den Tag legen. Und ich lade euch mal ein, aus dieser geistigen Falle auszusteigen und euch immer erstmal beide Seiten anzugucken. Und wenn ihr beide Seiten nicht klar sehen könnt, dann lohnt es sich überhaupt nicht, darüber ein Urteil zu fällen, weil dann könnt ihr da gar kein richtiges Urteil drüber fällen, sondern dann könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und einfach euch das Ganze noch ein bisschen genauer angucken. Das ist doch wichtig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute, bleibt wachsam und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.